willkommen zu einem neuen team ohne mates es ist eine neue season draußen und ich war gerade hier und habe herausgefunden dass es in den neuen season sprengstoff gibt mit dem man sie selbst in luft sprengen kann so als einzige als erste und einzige aktion die ich da getätigt habe ich jetzt gedacht muss ich euch nicht zeigen ich bringe ich einfach noch mal draußen schauen wie es weiter geht ob wir ein bisschen mehr hinbekommen als auszusteigen und zählen ja es ist ja ich habe gar kein geld stimmt kann natürlich noch gar kein geld haben ja und gar nicht gespielt hat wenig spiele doch kein geld und mehr kein geld hat ganz hohe warten immerhin ja ein schalke impftes habe gibt es noch okay da wollen wir mal so dass wir mitnehmen können infrarot infiltrator kommt kann schnell ist aber da komme ich nicht raus weil ein ganzer trupp nach oben kommt wo ist mit gold verschwunden ok schauen wir mal los 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 sehr schön natürlich gesehen haben war nämlich dass die ohne Flutten sind ja ich habe keine Ahnung ich nehme es einfach mal mit schalke dem zschar schützengewehr ok ist jetzt reingelaufen das ist ein spieler weiß es nicht so genau ja das ist ein spiel aus da muss stehen der ist ab der hat sich jetzt wohl versteckt nichtsdestotrotz jetzt schießen sie dann jetzt schießen oder mit ja 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 es kann schon sein dass er richtig viel schade macht aber wenn man halt gar nicht trifft dann macht er wohl nicht wirklich viel schaden dahinter da josh Ja, zur Infrarot, also zur Aufklärung, nicht verkehrt. Oh. Greift der mich an? Ich hoffe noch nicht, ne? Also, wenn die einfach mal stiegen bleibt. Ich denke, der wird hier um die Ecke kommen, oder? Ich habe nur noch drei Schuss damit, ne? Cool. Läscher. also stehen bleibt irgendwas die dumme ist natürlich ich habe keine munition mehr für dieses scharfschützengewehr mehr es geht jetzt nicht das ist das wo muss ich hin weil die richtung ein bisschen munition oh shit okay okay total nicht aufgepasst das wird ja ja da waren wir auf jeden fall nicht und dann hoffen wir mal dass coole sachen sind ok dass das raketen rambock seiten maschinenpistole was ist das ja und das ist ein doppelmagazin sturmgewehr ich habe aber irgendwie den verdacht dass mir das nicht viel nützt die schaffte schrubflinde mit eigentlich wollte ich ja zu einem raketen ramburg ich weiß nicht mal was ein raketen ramburg ist wo ist denn jetzt hier sind die sowas habe ich hier eine scharfzahnschutzlinde in einer kippenfarbe ok ja haben die mich gesehen oder einfach nur zufällig in meine richtung nicht 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 Oh du isst, wie schon sagt der? war jetzt absolut klar dass ich keinen platz mehr was ich hier mache aber neun eliminierungen für das zweite spiel